Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Komm schon Was zum Apfelkuchen ist mit den beiden los? Keine Ahnung, sie waren vorher auf dem Feld doch so gut Okay, das war's für heute, Leute Ich dachte, wir würden noch besser, wenn wir viel trainieren Vielleicht brauchen wir einfach nur eine kleine Pause Oder eine super lange Pause Naja, morgen solltet ihr voll bei der Sache sein, darauf kommt es an Ganz Ponyville erwartet von euch, dass ihr gewinnt Ich möchte auf keinen Fall weder Applejack noch Rainbow Dash enttäuschen Oder jemand anderes Aber nach diesem Training bin ich weniger zuversichtlich Vielleicht waren wir auch gar nicht so schlecht Oh, ich hab gehofft, dir sei irgendwas aufgefallen, das ich nicht gemerkt hab Unsere Freunde möchten, dass wir gewinnen, aber wie kann sich die ganze Stadt auf uns verlassen, wenn die meisten noch nie was von einmal bald gehört haben? Ja, denk ich auch Wie können wir jemanden enttäuschen, der nicht mal weiß, dass es ein Team gibt? Oder dass wir gegen Apple-Loser antreten Tja, machen wir uns lieber keine Sorgen Es würde mich wundern, wenn das Spiel überhaupt einem Pony in der Stadt etwas bedeutet Los, Ponyville! Los, Ponyville! Gewinn! 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 Wow, dieses Eimerballspiel scheint der Stadt wirklich viel zu bedeuten Wir sind durch die Stadt gelaufen und haben ein bisschen fürs Team geworben Yep, wir wollten nur sicher gehen, dass ihr wisst, dass ganz Ponyville hinter euch steht Klasse! Ich glaub, die ganze Stadt plant schon eine Parade, wenn ihr von eurem Sieg gegen Apple-Loser zurückkehrt Das muss sich ja toll anfühlen Seid ihr es wohl? Total, denkt einfach auf der Fahrt nach Apple-Loser daran Dass jeder dem siegreichen Ponyville Eimerball-Team von Herzen zujubelt Ich wette sogar Prinzessin Celestia kommt euch gratulieren Na, wenn euch das nicht richtig in Stimmung bringt, dann weiß ich es auch nicht Ich weiß nicht, von welcher Stimmung Rainbow Dash da gerade geredet hat, aber ich bin sicher, dass ich die nicht hab Und du? Hey! Ich dachte, ihr zwei seid schon richtig in Stimmung Oh, naja, die Sache ist Wir denken an die anderen Ponys Wir denken an uns Oh, da kommen wir halt nicht in Wir kommen garantiert niemals richtig in Stimmung, weil sich unsere Stimmung ganz fürchterlich anfühlt Weil wir ganz schlecht im Eimerball sind und wir werden verlieren Und alle Ponys enttäuschen und wir wollen außerdem gar nicht mehr spielen Ich will noch spielen, falls ihr euch jetzt Sorgen macht Ich versteh's einfach nicht Sie sind Naturtalente Wieso wollen sie auf einmal nicht mehr spielen? Vielleicht hat es sie nervös gemacht, dass wir ihnen erzählt haben, dass ganz Ponyville sich auf sie verlässt Was? Ach, das ist doch verrückt Dass sich die anderen auf einen verlassen, ist genau das, was man zum Konzentrieren braucht Ernst zu machen, sich ins Zeug zu legen und sich darauf vorzubereiten, den Gegner aus dem Rennen zu werfen und Und nichts davon klingt nach Pinky oder Fluttershy, hab ich recht? Ach, ich schätze nicht Wir waren so darin vertieft, was für uns wichtig ist, dass wir den beiden den Spaß an dem Spiel genommen haben Äh, was sollen wir jetzt tun? Pinky? Fluttershy? Wir wissen, dass ihr hier seid Wir haben jeden Waggon des Zuges abgesucht Vielleicht müsst ihr nochmal überall suchen Ja, weil wir nämlich überhaupt nicht hier sind Und wir sind auf keinen Fall hier, wenn ihr wollt, dass wir gegen das Apple-Loser-Team spielen Oder sonst jemanden? Oh, tut uns leid, dass wir euch enttäuschen Aber besser jetzt als im Spiel gegen Apple-Loser Ihr müsst nicht gegen das Team von Apple-Loser spielen Müssen wir nicht?